Musik Wartenpack in Verbindung mit dem Kölner Stadtanzeiger zugunsten der Kinder, die ihre Migration in Deutschland suchen. Das Ganze ist, wie ihr auch gelesen habt auf unseren Plakaten, alles eintrittfrei. Doch würden wir uns auch alle recht herzlich freuen, wenn gleich die Spendenlosen rumgehen, dass jeder mal nicht gerade unbedingt da Zeug nimmt, was da so klimpert, sondern da was raschelt, ist wesentlich schöner und kommt auch viel besser an. Wir hier, unser Team vom Polhof, freuen uns, dass so viele Gäste zahlreich erschienen sind. Es ist jung und alt, wie ich quer durch gesehen habe, alles vertreten. Die Jungs stehen hinten schon, sind ganz nervös, in dieser großen Metropole Auweiler mal auftreten zu dürfen. So, am besten ist, wir stehen alle auf und versuchen es mal einfach mal mit klatschen. Vielleicht schaffen wir dann, dass die schneller reinkommen und wir umso schneller mit der Musik anfangen können. Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Abend. Dankeschön. Und wenn ich denn jetzt schön, wir singen für euch Kölscherzüge. Lege ich noch zurück, wir haben noch ein bisschen Sinn. Und sagen euch Spaß, weil ihr immer jetzt richtig jachst. Weil ganz schön erzählt, weil jede Züge sind schnell. Machst du dich für, freut dran, und dann wählt es richtig gut. Und dann, wiederum die Züge, ich nehmt mir dann. Und dann geht mir auch ein Tee, wirklich wundervoll. Wir warten die Lüchte zum Klang und singen die Töller-Lang. Und dann, wiederum die Lüchte zum Klang und singen die Töller-Lang. Weil wir uns schon erzählt, weil wir uns nicht so schnell. Machst du dich für, freut dran, dann wählt es richtig gut. Und dann, wiederum die Züge, ich nehmt mir dann. Und dann geht der Abend, wirklich wundervoll. Wir warten die Lüchte zum Klang und singen die Töller-Lang. Und dann, wiederum die Züge, ich nehmt mir dann. Denn sie kommt, sie machte weg! Red Pack! Beloss ab der Tag, war ne Typen. Von her boxte, wie ne Chef. Hätt' ihr Wunden und hätt' verloren. Hätt' ihr kämpft für'n Letzte hin. Aber ich kenn' auch ein Himmels. Adenauer war den Kanzler. Hätt' mit Rüsse und David Schleck. Wie so manches über uns hängen. Könnte er für'n Goldscherein. Wo heißt der Mensch? Und der Willi, was willst du machen? Und der Willi, kein On-Dat-Level. Niemands Grund. Hätt' gespürt und hätt' gesungen. Wann hätt' wir gesungen? Ich bin ne Körsche, Junge. Ich hab' auch ein Willi. Noch eine? Auch ne andere. Nee, so ein Willi. Wie die Willi. Und der Korde. Großkommand. Wo die Zucht-Poster-Körle laufen. Wo sie mit dem Schnee fliegen kann. Und ans Wawel, alles Junge. Unter Einer wurde er. Stellvertretend für die Mädchen, wo der Ehr und Trude herr. So hätt jeder für uns Körschen ganz bestimmt sind. So hätt jeder für uns Körschen ganz bestimmt sind. Denn so ist ich, denn so ist ich Körschen A. So ist die S Körschen A. Aber wir müssen da kurz drauf hinweisen. Normalerweise macht man das so im Medienbereich. Wenn Kameras da sind, muss man immer vorher Bescheid sagen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Also wenn einer krankgeschrieben sein sollte heute, der sagt uns Bescheid, wir nehmen dann die Bilder raus und noch mal so einen schwarzen Balken drauf, das ist jetzt schlimm, das... Schreib mal eine Lummer drunter, ne? Unter dem schwarzen Balken. Ja. Ja. Genau. Ja. 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 Ja, ich trage dich, du wies immer ein Wunder für mich. Und wenn du lachst, lieber dich schöner, dann fache dich, du wies immer ein Wunder für mich. Und wenn du lachst, lieber dich möchtest, wenn du lachst, lieber dich möchtest, ich trage dich, du wies immer ein Wunder für mich. Ein Wunder für dich. Denkst du, ich schon weiterfahren, doch ich wurde BDS. Von der Mann bis zum Hurespress, ich hab das alles ausprobiert. Obfann ich so unter 5-3-7, ich war doch nicht auf dem Bauernhof. Doch das fand ich doof. Wenn's acht Sekund ist da, endlich ins Nordköln fahrt. Hab mich schick an den Don, kaum ein Stiefelbrot steckt in der Scho. Lied der Schlips von 5-3-0, ein Teil der Trolle ist, da war mir nur so weg. Ich in de Innenstadt und war, da ging ich vorm Ring. So hat ich mich auch den Menschen gewonnen. Se Morte nur Blottsin, am besten Friseurin. An jeder Hand hat ich 3-4 Frauen. Aufstand und mich jetzt ja so unterstrich. Und ich bin jetzt ne gematte Mann. Ich schwul schon immer bock'sche Fahrt. Mit Fokuhila und Zigarrens. An der Antenne hängt vom Frühstenspitz. Ein Mann, die Anzug und wen für die Frisur. Jetzt lade ich endlich mit Rolex-Uhr. Und dafür könnt ihr mich auch sehen. Ich bin der Kine vom Ring. An der Antenne hängt vom Frühstenspitz. An der Antenne hängt vom Frühstenspitz. Ich bin der Kine vom Frühstenspitz. Wenn ein Sitzchen bist und immer wahr, dann ist es jeder Menschen da. Wo du auch bist, warst du auch meist. Da wurde wund, da wurde längst, wenn jemand fragt, wenn du es sehst, ich bin von Höhe 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 In diesem Sinne wünschen wir alles Gute und einen schönen Abend hier im Mono. Wir danken uns für die Aufmerksamkeit. Und es ist schön, wenn wir uns im Weltkommand für uns deutsches Gewerker zu sagen, wenn wir heißen bist. Wir sind voll verblöden. Vielen Dank. Herzlichen Dank an Markus Mürzchen und sein Team Radio Polo, dass sie die Möglichkeiten hatten, heute Abend hier ein bisschen wie gut sein können zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.